Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video, einem Ankündigungsvideo und zwar geht es um den nächsten Livestream. Dieser wird nächste Woche am 17. Februar sein, ab 20 Uhr. Das ist ein Freitag. Ich habe noch kein genaues Programm, was alles kommen wird, aber ich hoffe, dass ich eine Sache hinkriege und dann gucken wir da mal zusammen rein. Ansonsten quatschen wir natürlich über Gott und die Welt und natürlich über den Beruf des Triebfahrzeugführers und was ich so in den letzten Tagen, Wochen erlebt habe. Es ist nicht allzu viel, aber man kann zumindest über das ein oder andere quatschen. Aber das meiste kommt hoffentlich eh von euch, dass wir einen schönen Austausch haben über gewisse Dinge quatschen. Vielleicht kann man auch wieder in einige Dinge reingucken oder was auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall da seid. Wie gesagt, nächste Woche, der 17. Februar. Das ist ein Freitag, ab 20 Uhr. Und ich möchte auch noch mal kurz eine Info abgeben. Schaut auch gerne auf dem Discord-Server von unserer Community vorbei. Sie wächst mittlerweile schon etwas. Zwar jetzt nicht vielleicht so groß, wie ich mir das vielleicht vorstelle, aber es freut mich, dass zumindest ein paar Leute reingekommen sind. Und man tauscht auch sich dort schon etwas aus. Wir werden auch beim Livestreamer kurz auf den Discord schauen. Und vielleicht gibt es von euch auch noch Anregungen dazu oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich freue mich auf euch. Bis nächste Woche und das war es dann auch von mir. Tschüss, tschüss, bis demnächst.